ein herzliches willkommen liebe clasher bei mir dem toto aka torsten und dem clan true warriors wir sind wieder voll in der spur ihr seht sie letzten sekunden laufen im aktuellen clankrieg wir führen 76 zu 67 also genau umgedreht was auch eine witzige sache ist und haben diesen krieg muss ich sagen im 9er bereich im 8er bereich und auch gut im 10er bereich dominiert gegen ein 12er clan aus griechenland jetzt muss ich einmal hier drücken und sind damit wieder voll in der spur wir gucken mal rein was wir hier gerissen haben war eigentlich wieder pflichtprogramm das heißt 8er 9er komplett down im 10er bereich brannte überhaupt nichts an das heißt also jede base hat hier auch im 10er bereich zwei sterne kassiert allein die oberen drei sind einsternig geblieben aber das war nicht so tragisch da der gegner sich bei einigen bases bei uns sehr schwer getan hat schon im 9er bereich und wir denke ich mal verdient gewonnen haben in den stats haben wir 19 drei sterne kämpfe der gegner hat 15 drei sterne kämpfe wir haben keinen null start der gegner allerdings auch nicht das heißt also auch der gegner hat sich eigentlich gut geschlagen alle haben ihre angriffe gemacht beim gegner einer nicht schade eigentlich auch weil gerade der hat im ersten wurf einen sauberen drei stellen hingelegt auf unsere 14 und im unteren bereich muss man sagen konnten die beiden letzten hier nichts mehr ausrichten geht also auch vollkommen in ordnung grüße noch mal an den griechischen clan war ein super klankrieg und wir gucken mal rein von unten angefangen würde ich sagen schauen wir uns die kämpfe eins zu eins an hier also der knockout bei einem drachen angriff auf die nummer 29 auf sein gegenüber blitzt also eine weg oben und kommt dem fehler in den rücken wunderbar so soll das sein bei rathaus 8 und ich denke irgendwo nimmt er auch sein king am rand da kommt er raus und macht dann den rest jetzt klar das heißt die drachen bleiben jetzt auch noch in der base auch am linken oberen rand rechts sind die sowieso durch der lohn ich glaube es ist ein lohn erledigt dort noch die letzte luftabwehr nämlich den bogenschützen turm und so waren das hier im r8 bereich mit drachen die drei sterne auf den gegenüber wir schauen weiter 27 auf 27 dann hat der o gemacht der o hatte im ersten kampf die letzte base zu machen das war glaube ich ein rathaus fünfer hat also im zweiten angriff den 26er macht 30 auf 26 das heißt es geht ein bisschen höher für uns heißt das dass es dann den einen oder anderen ep punkt mehr gibt dadurch dass die leute jetzt oder dadurch dass die leute höher rutschen gibt es ja etwas mehr ep früher hat es ja mal relativ gerade ep gegeben heute kommen ja so recht unrunde summen zusammen das ergibt sich einfach daraus dass wenn von unten nach oben angegriffen wurde also ein niedriger greift einen höheren an und drei stellen den dann auch noch gibt es 23 ep mehr oder ein ep mehr ist auch ganz egal das summiert sich dann ja innerhalb des gesamten krieges und so kommen auch diese krummen zahlen eigentlich zu ich musste eben mal was trinken weil mein mund ziemlich trocken ist und dann waren das hier krasse drei sterne ja hinten der bomben turm etwas unglücklich platziert letztendlich da hinten auch kein keine luftfall ist kann man den auch mit ein lakain machen aber nichtsdestotrotz super angriff auf die 26 24 25 jetzt muss ich ein bisschen gucken wo wir so schöne erstschläge haben so nenne ich das ja immer das heißt wo sein gegenüber den gegenüber gedreisternt hat hier haben wir den slip 23 auf 23 entscheidet sich hier für den typischen pecker walk funnelt hier richtig gut hier kann nichts mehr nach rechts oder links weg leiten die bowler gehen mit denen mit den pecker richtig krass in die mitte kommt dann von einer flanke mit den hocks zur hilfe jetzt müssen allerdings hocks ein bisschen geheilt werden weil jetzt ziemlich viel flächenschaden rein kommt dahinten noch eine bombe ok und dann sind das aber auch super drei sterne hier auf den rh9 gewesen ich denke mal den x bogen holt sich noch ein pecker der king tankt auch noch 11er king gegen ein 2er x bogen ist dann auch nicht mehr die kunst da hat der king schon richtig viele viewpoints und das letzte lager ein pecker schlag da war es das wunderbar super drei sterne 22 aah und wagner auch er wieder mit oh doch nicht mit typischer kombi sondern für ihn eher eine untypische kombi nehmt ihr also golems und so ein kleines kill squad bestehend aus king magiern und queen hat hier aber richtig viele hocks am start da kommen noch aus der clanburg hocks sehe ich gerade ich habe also auch noch nicht jeden kampf gesehen und ich kann mich erinnern dass das auch der der erste kampf war schade da das rathaus noch nicht gekriegt mit dem magier aber die hocks sind noch gut dabei das ist noch eine ganze masse da tankt noch der mini golem und damit war das die letzte def die hocks jetzt in der mitte das rathaus war ja schon angehittet und dann ist es nur noch ein aufräumen und soweit ich mich erinnern kann war das der erste kampf das heißt also gleich zu anfang des ck eine kleine duftmarke gesetzt für den gegner so sind das richtig krasse drei sterne gewesen viele hocks über paar boogies noch jawohl wir rutschen ein bisschen höher ich muss ein bisschen gucken wo ich noch was habe von gegenüber auf gegenüber der donnerwengel entscheidet sich hier für einen für ihn untypischen drachen fight hat sich also ausgerechnet dass er eigentlich alle vier las irgendwie schafft nämlich zwei mit blitz das ist einmal der links unten und einmal die la bei der queen kommt dann oben rechts mit seinem king raus 17er king kann also schon ein bisschen was abgezündet irgendwelche truppen das war schätze ich mal seine hoffnung laufen sicherlich zur la damit war die dritte la down und die vierte la genau das habt ihr vermutet holt sich jetzt die queen ganz easy peasy ohne gegenwehr das heißt diese base ist komplett von las befreit die x bogen stehen auf boden man sieht dass die queen hier kriegt jetzt gerade beschuss und allerdings lauert natürlich noch die gegnerische queen dort aber für die masse an drachen war es dann jetzt doch nicht mehr so der knaller auch wenn die alle schon angeschossen waren von irgendwas aber man sieht selber dass die am ende doch noch stark überlebt haben kommt hier im back end nochmal mit vier loons raus weil die drachen noch ein bisschen beschuss kriegen aber das war super geplant und so waren das im ersten schlag hier richtig krasse drei sterne auch von 15 auf 14 da tauschen die manchmal aus die beiden brüder hier 14 macht 15 15 macht 14 haben aber absolut identische truppen absolut identische helden und so waren das hier super drei sterne hier ganz krass 20 auf 12 der unterschied von 20 auf 12 ist allerdings wenn ich so die helden sehe gar nicht mal so so weit weg da hat der lautere hier schon fast die besseren helden hat vielleicht noch nicht so die starke base deswegen der große unterschied hier und er kommt hier mit packers in die base die haben natürlich ganz schön zu tun an den level 10 mauern dort jetzt aber einmal gewutet die können jetzt nicht mehr raus die können nur nach vorne das machen sie auch queen im nacken gift auf die cb und er hat jetzt noch elf hocks für das back end mal gucken wie er die nutzt da hinten ballert noch ein x bogen aber es sind alle drei pecker voll unter heil in der mitte und ziehen das komplette feuer aus der mitte auf sich rauf die hocks kriegen fast keinen schaden aber trotzdem halten sie ein bisschen durch so ein bisschen krümel schaden haben sie ja schon gekriegt und nach wie vor die hocks unberührt die reiten da komplett durch und kriegen überhaupt keinen schaden die pecker fangen fast alles ab erst jetzt kriegen auch die hocks mal ein bisschen was zu tun und außen kommt er schon mit den ersten clean up truppen jetzt haben die hocks allerdings noch ein bisschen was zu tun zweimal flächenschaden ist natürlich auch krass zum ende muss man so sagen und ähm oh 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 da ist eine ganz knappe sache da aber er kommt hier sehr verteilt mit seinen clean up truppen das heißt also zeitmäßig klappt das sicherlich auch vier hocks die angeschlagen sind jetzt noch auf den bogenschützenturm der glücklicherweise gerade abgelenkt ist von dem magier und ähm so sind das natürlich jetzt richtig gute drei sterne kaum noch truppen über aber zwei pickepacke volle peckers und ähm das reißen jetzt noch geradezu die clean up truppen und somit war das von 20 auf 12 wirklich ein starker angriff kann man nicht anders sagen und das gäbe nochmal extra punkte das sehen wir gleich auch mal im ergebnis dass wir da so eine krumme punktzahl wieder bekommen haben die hat man früher nicht bekommen jawohl sauber so im erhebten bereich habe ich einen kampf das ist der von marcel der marcel äh hat sich dafür entschieden diesen gegner hier mit ähm luft anzugreifen auf diese base war bis eben also kurz vor ck ende er ist ein stern raus nicht dass uns das ärgert aber der ck war an der stelle eh gelaufen marcel hatte noch einen angriff und ähm kommt hier also erstmal mit seinem king und seiner queen rein um so ein bisschen außengebäude weg zu machen hat zwei las geblitzt so wie ich das sehe oder eine la geblitzt und ähm muss allerdings jetzt gegen den fegel habe ich erst gedacht oh 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 ich sage ja immer gerne gegen den fegel gegen den wind außerdem ballert jetzt auch noch die eagle artillerie aber in der mitte sind zwei drei drachen ich weiß gar nicht wie viel es waren ich muss mal rein scrollen es sind zwei stück die kriegen aber nur beschuss vom multi inferno und sind noch fast voll gewesen und so holt er hier am ende sogar noch ein paar nette prozent und das war der letzte stern hier im spiel letzte stern hier in diesem ck völlig verdient gewonnen muss ich sagen am ende nochmal richtig weggezogen wir haben bis kurz vor ende wirklich hier noch zwei drei bases völlig offen gehabt also vom gegner noch haben wir noch gar nicht gemacht und dementsprechend ist das schon jetzt mit ähm mit neun stern ähm sehr deutlich gewesen mal sehen was der nächste ck bringt ich weiß noch nicht wann wir heute abend starten aber ich denke mal wir werden relativ zeitnah starten im moment ihr seht selber in meiner base hat sich etwas getan ich habe also meine queen fertig wo ist sie hier ist sie fertig auf 37 mir fehlt noch so ein bisschen um sie wieder schlafen zu legen allerdings habe ich auch zurzeit keinen bauarbeiter frei und würde auch gerne den ein oder anderen ck mitspielen vielleicht sogar auch noch den pflicht ck am wochenende aber 34.000 sind jetzt nicht gerade viel bis das lager dann bis zum wochenende voll ist da muss ich mal gucken was ich mir einfallen lasse 20 stunden ist der nächste bob erst frei danach erst wieder in drei tagen 17 stunden der entfernung und ich habe schon mal angestoßen mit dem freien bob von der queen diesen bogenschützen turm hier zweiter zweiter ähm zweiter ähm zweiter magierturm läuft und ähm es ist in der forschung fertig geworden bei mir der äh äh fließzauber auf 4 und weil ich eigentlich ganz gerne nicht nur meine ck truppen in erster linie machen will sondern wir auch ein bisschen spaß am spiel haben habe ich eine neue truppe angestoßen einige werden sicherlich sagen oh mein gott oh mein gott was machst du ja ich habe mich dafür entschieden ähm als erstes die mauerbrecher zu machen weil man ja doch immer mal wieder so den einen oder anderen mauerbrecher braucht danach mache ich erst wieder eine pflichtgruppe und das heißt also dann wird es wahrscheinlich der fries werden oder der sprung auf max das weiß ich noch nicht und danach werde ich die äh wo sind sie da werde ich meine kobold hochziehen auf level äh sieben äh die goblins so heißen sie ja hier und ähm im englischen und ähm ich denke mal äh die brauche ich auch weil ich mit denen extrem farme und ähm die gefallen mir einfach gut ähm ich will ja auch relativ zeitnah mauern haben ihr seht das selber meine helden schreiten stark voran und äh die def kommt von ganz alleine hoch aber die mauern man muss halt doch immer wieder ein bob frei haben man muss entsprechend mehr gold oder mehr elex dafür bereitstellen dass die auch so ein bisschen mit nachkommen sonst hat man irgendwann die situation auch als er hat sehen man hat alles fertig es fehlen nur mauerteile und da muss ich sagen habe überhaupt keinen bock drauf dann bin ich doch lieber ein bisschen mauerfetischist und ähm wachse meine mauern auch schön durch hab auch wieder ein bisschen hier geschafft wie man hier sieht auf der flanke und auf der flanke ähm fand ich auch ganz gut ich hatte sogar mal ein zwei drei stündchen mal ein bob äh länger frei weil ich einfach eine mauer gemacht habe hätte schon eine def machen können aber mir war die mauer einfach wichtiger hab ein bisschen nachgefahren und so läuft das hier ich denke mal wir sehen uns die tage war jetzt eine etwas längere folge aber ähm ich äh fahre im moment ja relativ gelangweilt hier rum und äh freue mich eigentlich über jeden ck ich sehe gerade dass der nächste ck schon gestartet wurde und ich bin auch mit dabei das freut mich natürlich umso mehr ähm spiele auch denke ich mal den und den Pflicht ck am wochenende auch mit und lege danach in jedem fall egal wo da dann bob frei ist und wenn ich einen freilasse die queen auf 38 das heißt also road to level 38 für die queen und dann würde ich sagen sehen wir uns in den nächsten videos lasst einen daumen nach oben wenn euch ähm meine videos gefallen und ähm wir sehen uns beim nächsten mal euer toto clashed